Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Eroshiva und das ist Fall Guys und diese Ansage habe ich einfach seit eineinhalb Jahren gefühlt nicht mehr gemacht oder so, ich weiß auch nicht. Ja, ganz witzig, ich habe, ihr wisst es ja, sehr, sehr viel Only GTA RP gemacht und habe mir selber gedacht, eigentlich habe ich mal wieder Bock, was anderes zu machen. Auch mal wieder ein paar andere Spiele zu spielen. Und genau jetzt, als ich mir das selber gedacht habe, habt ihr auf YouTube in den Kommentaren immer wieder gefragt, kommt auch noch was anderes. Ja, es kommt auch noch was anderes. Und zwar Fall Guys. Erstmal, erstmal. Ich hatte mir gedacht, ach komm, das schaut so geil und so putzig aus. Ich muss es ausprobieren und ich will diese Farbe, weil die geil aussehen. Oh mein Gott, sogar ein Muster. Oh mein Gott, das sieht aus, als könnte ich den essen. Übrigens, die Ansage habe ich gerade einfach so zum Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob ich sie beibehalten werde. Das wird sich noch herausstellen. Aber gerade einfach so der guten alten Zeiten wegen musste mal wieder sein. Und wie immer mache ich das Ganze natürlich live. Und das sieht aus, als hätte er eine Unterhose an. Deswegen lasse ich das. Das finde ich gut. Ja. Herzchen Unterhose. Wie komme ich da jetzt wieder raus? Ich habe dafür ein Achievement bekommen. Snowflake. Goll. Goll. What the fuck? Okay, also wahrscheinlich bekommt man mit der Zeit sowieso noch mehr Zeug. Ja, alles klar. Spielen wir mal, würde ich sagen. Okay. Alles gut. Alles klar. Das ist irgendwelches Zeug, was man noch kaufen kann. Da bin ich eh nicht der Fan von. Ja, wie gesagt, das ist mein erstes Mal. Wird wahrscheinlich ein bisschen wehtun. Oh, wir kriegen es hin. Noch schnell einen Schluck Kaffee trinken. Und was ich so von dem Spiel weiß, ist... Last Man Standing, ne? PUBG in Lustig. Ich hoffe, man kann es auch gut mit Maus und Tastatur spielen, weil mein Controller ist hin. Mein Xbox Controller. Ah, da fährt mir gerade was auf. Ich habe immer noch das Unity-Logo da oben. So. Das ist gerade nicht Unity. Schwindelnde Höhen. Warte auf Spieler. Okay. Also so sieht das aus. Verwinde die Hindernisse und renne zur Ziellinie. Okay. Was können das werden jetzt erstmal? Das schaut so putzig aus. Und so bunt einfach. Ah, guck mal. Ich bin ganz fahr... Oh Gott, das ist viel zu schnell. Lauf! Ey! Ach du Scheiße! Oh Gott. Die Maus ist viel zu schnell. Die Maus ist viel zu schnell. Scheiße. Ja, warte. Rennen so. Oh Gott. Ja, wie gesagt. Ich bin erstmal super schlecht. Oh mein Gott. Ja. Ach du Scheiße. Wieso bin ich denn so langsam? Hat der mich gerade geschlagen? Alles klar. Kann man irgendwie auch schneller laufen? Ich glaube nicht. Au. Fuck. Da ist eine Trempe oder was? Hä? Wie komme ich denn wieder hoch? Du Scheiße. Okay. Also. Ähm. Ich habe gelernt, dass ich definitiv... Die Dose ist ja geil. Die Sensibilität von der Maus verändern muss. Das ging gar nicht. Aber ich habe Belohnungen bekommen. Irgendwie. Okay. Maus. Maus. Äh. Kameraempfindlichkeit. Das war viel zu krass. Viel zu krass. Der Rest hat eigentlich gepasst. Springen. Hechten. Steuerung. Greifen. Okay. Okay. Gut. Dann machen wir mal hier eine neue Runde. Und dann machen wir mal hier eine neue Runde. Wenn ihr Vorschläge oder Ideen habt. Ne. Anregungen. Äh. Was ich auch mal spielen könnte. Dann immer her damit. Also ich kann jetzt hier in den Chat. Oder wenn das Video dann auf YouTube ist. Einfach in die Kommentare. Und dann kann ich mir die Sachen mal angucken. Und je nachdem was mir davon taucht. Mir auch was davon aussuchen. Hindernis rennen. Überwinde die Hindernisse und renne zur Ziellinie. Okay. Ich befürchte, dass es mit Controller echt angenehmer zu spielen. Und ich habe die ganze Zeit das Bedürfnis, schneller zu rennen. Okay. Das fässt immer noch zu. Weg da. Geh weg, geh weg. Geh es du weg, doch. Oh, der hat mich runtergeschmissen, der Idiot. Arschloch. Arschloch. Aua. Wann hoch? Ich hasse sie alle. Das ist halt einfach so eine Ansammlung. Ja, so viele von denen einfach irgendwie... Oh Gott, oh Gott. Zu doof im Weg rumstehen. Oh, oh, oh. Ich hab's geschafft. Bronze Mall Trip. Witzig. Paar aussortiert. Mein Name ist Fallgoy... Fallguy1553. Ich meine, den Namen ich geändert habe. Geil. Muss ich noch machen. Ich dachte, der übernimmt einfach den Steam-Namen. Lauf der aufsteigenden Lava davon und überwinde Hindernisse, um die Ziellinie zu erreichen. Okay. Okay. Ach, verdammt. Ich dachte, das wäre eine gute Idee, auf die draufzuspringen, sodass sie einen dann mitnehmen. Ich bin schon regegefallen. Ich hasse euch alle. Ach, da kann man nicht durch. Verdammt. Wenn man halt die Map dann auch irgendwann mal kennt, ist es natürlich auch nochmal einfacher. Der hat mich runtergeschmissen, der Arsch. Penner. Verdammt. Ich hab's mir fast gedacht. Er hat auch so eine Unterhose an, wie ich. Oh, süß, wie er sich freut. Okay. Nochmal. Das ist mein Kaffee. Das ist mein Kaffee. Also, wir können auch ganz gerne mal wieder Horror machen. Muss ich mal gucken, was da so aktuell gerade noch, was da so gibt. Hm. Überweder die Hindernisse. Blablabla. Okay. Das Spiel ist schon sehr putzig. Aber ich glaube wirklich, mit Controller ist es besser. Vielleicht muss ich mir mal einen neuen holen. Okay. Lauf! Lauf! Wenn ich vorne bin, dann ist auch keiner im Weg, der mich irgendwie rumschubsen kann. Alles klar. Alles klar hier. Uff! Jetzt lässt mich doch da durchgehen. Das ist doch geil. Auch wie sich diese verschiedenen Sachen anfühlen. Oh. Aber gerade so noch qualifiziert, ne? Aber gerade so noch. Ach, meinen Namen wollte ich vielleicht noch ändern. Der Hotdog da oben ist ja geil. Ach, den seht ihr gar nicht. Warte, hier. Da, der Hotdog. Der Hotdog ganz links oben. Ist geil. Will ich auch haben. Komm, noch irgendwas, was ich noch nicht kann. Gibt's wahrscheinlich ganz viel, aber jetzt hatte ich ja auch zweimal das Gleiche. Deswegen. Andererseits, dann weiß ich schon... Dann weiß ich schon den Weg. Dann wird's leichter. Ja, das kenne ich nicht. Hm. Doch, das kenne ich. Das hatten wir ganz am Anfang schon. Mit diesen komischen Platten. Ich muss irgendwo langlaufen, wo die anderen nicht langlaufen. Ich glaube, dass tatsächlich die anderen Leute der größte Feind hier sind. Ja, nice try, ne? Ich lauf irgendwo lang, wo sonst höher denn nur. Jetzt komm schon... Ach, guck... Ich bin wahnsinnig. Oh man, ich bin ganz hinten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lauf! Lauf, du pinkes Ding! Dein Scheißernst? Da geht's einfach runter. Damit muss man aber auch... Wieso geht's da einfach runter? Wow! Einfach wow! Einfach wow! Ja, tschüss! Oh man! Ich wundere mich jetzt, wieso ich überhaupt noch dabei bin, aber okay. Ach du... Ach, ich bin, ich bin, ich bin... Ich bin nicht dabei. Ich kann zuschauen. Du beobachtest voll geil. Okay, ja, beobachten finde ich jetzt nicht so spannend. Ähm... Wie ihr vielleicht! Ähm... Was ist geil? Ach, die Map... Die Mac... Die Mac ist voll geil. Warte, ich muss mal kurz meinen Namen ändern. Wie geht denn das? Äh... Kundendienst. Ich möchte bitte... Ich hab... Ich hab gerade verloren. Das geht so nicht. Ich brauch jetzt den Kundendienst dafür. Aber ich glaub... Tatsächlich, man kann den Namen gar nicht ändern. Dann... Oder? Nein, ich bin Fallguy1553. Glaub ich. Ich kann Spieler einladen. Spielt das gerade jemand? Ich glaub nicht. Mhm. Ich hatte noch nicht genug Kaffee. Alles gut! Kann man nicht ändern. Ah, okay. Ist ja auch irgendwie witzig. Ja, vielleicht mache ich noch einen Raum für sowas. So, für Ankündigungen, wenn wir zusammen was spielen oder so, dass dann die Leute schon im Discord sagen können, sie wollen mitspielen. Dann könnte man das so ein bisschen vorbereiten, so ein bisschen. Ja, ich würde jetzt sagen, jetzt machen wir noch einmal und dann wechsle ich. Dann mache ich es vielleicht nochmal so, dass ich nochmal eine Runde nach dem RP mache. Okay, Magus, können wir ja dann wirklich so... Also, dann mache ich einen Raum im Discord für sowas. Oh Gott, oh mein... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, nein, 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 nein. Das ist fies. Das ist fies. Geil. Das macht mir Spaß. Das ist total witzig. Oh Gott. Ja, hau mich einfach so, weil du gerade kannst und Bock hast. Es ist... Hallo? Hallo? Geil. Ha, was ist jetzt da fast? Bist du hingefallen? Vollidiot. Nein, 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 lass mich, lass mich nicht, nicht nur hauen. Immer diese Schlager, immer diese Gewalt, ja? Immer diese Gewalt hier. Nein, Leute, hier dürft doch nicht alle rüberrennen, wenn das... Wuch, wuch, wuch. Jetzt, 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 jetzt. Nein, 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 nein. Hallo, King Easy. Wie geht's? Oh mein Gott. Okay, okay. Alter. Oh mein Gott, lauf. Lauf, du rosa Schweinchen. Okay. Jetzt war, jetzt war ich einfach doof gerade. Das war einfach doof. Oh nein. Das ist total geil. Das macht Spaß. So albern und dämlich das irgendwie ist. Das ist total witzig. 26 haben sich sogar... 27 haben sich schon qualifiziert. Ich glaub auch nicht, dass das was wird. Nein, 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 du wirst du... So ein Wüstchen, äh. So. Kann das sein, dass ich grad aus Versehen zurücklaufe? Ich glaub irgendwie schon. Ja, ja, da ist der Pfeil. Oh, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ja, die, die Pfeile halten mich nicht auf. Wie heißt das, ähm... Wie heißt das, wenn einer auf der Autobahn in die falsche Richtung fährt? Wie heißt das, ähm... Oh Gott. Ich komm grad nicht drauf. Läuft bei mir. Hey, ich will nicht den anderen zuschauen. Ich will hier raus. Genau. Ein Geisterfahrer. Hunderte. So. Schlechter Witz. Sorry. Muss so sein. Aber wieso werde ich jetzt gezwungen, dem irgendwie... Wahrscheinlich hab ich nicht rechtzeitig gedrückt, dass ich hier rauskomme. Ich will hier raus. Du beobachtest. Ich will nicht beobachten. Ich will hier raus. Wenigstens krieg ich trotzdem immer ein paar Pünktchen. So komm, einmal noch. Ich will mich jetzt nochmal qualifizieren, wenigstens. Ah, ich seh grad noch einen Fehler. Da muss ich noch Eistee schreiben. Eigentlich, eigentlich ja... Im Eistee. Weil die Eiswürfelchen schwimmen ja im Eistee rum. Das mach ich noch. Oh nein, schon wieder. Das mit den Wippen macht mir ja nicht so viel Spaß, sag ich ganz ehrlich. Das ist halt einfach fies, wenn da so viele auf einem Ding sind. Leute, ihr müsst... Ihr müsst... Das dürfen doch nicht alle auf ein... Äh, äh, äh... Wieso triggert dich das Spiel? Huiiii! Schnell hier hochlaufen. So. Jetzt hat sich tatsächlich schon einer qualifiziert. Wow. Oh, das lief ja jetzt grad ganz gut. Da waren die halt gerade ganz gut gestellt. Oh, fast die gefallen. So. Deine Musik muss ich so krass ans Platoon denken. Mhm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein- Nein, 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 nein! Also was...was triggert dich daran? Oh, das wird jetzt, das wird jetzt lustig. Nichts. Äh, ich versteh nicht, wieso der Mensch mal einfach so hinfällt. Sag mal, will sich diese Rampe hier vielleicht auch irgendwann mal verändern? Ah, jetzt so. Ach komm, er ist das. Hä, wieso hält er mich einfach fest? Einfach so, macht ihm Spaß, okay, halt mich fest, ist in Ordnung. Okay, auf jeden Fall ein voll lustiges Spiel, also ich find's witzig. Oh, vielleicht, ähm, ich schau mal. Vielleicht schaff ich's nachher noch mal ne Runde zu spielen, schaff schauf. Aber irgendwie komm ich jetzt da nicht raus, ne? Also, ich hab keine Ahnung. Aber was, was triggert dich an dem Spiel? Also, du meinst schon negativ triggern, ne? Also irgendwie so, dass da irgendwas passiert, was dich ärgert. Der Kreisel, oh, ich will das auch spielen, aber ich darf nicht, weil ich auch gespielt bin. Ne gut, dann üben wir das vielleicht noch ein bisschen. Okay. Ist auf jeden Fall verwitzig und ich werd's auf jeden Fall auch nochmal spielen. Bis zum nächsten Mal. 11. 11. 12. 16. 16.